Ja, diesmal fuhr die ganze Leute nach Fack. Die fuhren so rum, die fuhren so rum. Irgendwie musste man sich durchschlagen und mal schauen, was dieses Jahr kam. Also, viel Spaß! Ich fuhr mit Riccardo ins Hotel Schönruhe in Tropola. Das ist ein Welleshotel, ganz prima gelegen. Jeder Tag fing gemütlich mit einem schönen Frühstück an. Und dann ging's los. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nach fünf Tagen mussten wir wieder nach Hause. Ja, nun habt ihr es gesehen, war ganz schön was los. Ich kann euch sagen, einiges ist noch gar nicht gezeigt. So, die Heimfahrt war rasant. Schnee, Eisregen, Feinde, aber es hat geklappt. Ich glaube, alle sind wieder gut heimgekommen und aufs nächste Mal. Wir freuen uns schon wieder. Tschüss.